Hallo Freunde, wir sind die T-Mutanten. Nicht die Mutanten, sondern die T-Mutanten. Genau, wir haben schon ausgepackt. Willst du dir einen Stuhl oder nicht? Ja, ich hole mir einen Stuhl. Schmuckchen. Na? Na? Ach so, das ist mein Handy. Ach ja. Die T-Mutanten. Die T-Mutanten. Die T-Mutanten. Das Kaffee-Muckelchen und die Muggelchen. Erstmal Hallo Freunde. Hallo meine lieben Fans. Ich begrüße euch recht herzlich zu diesem T-Mutanten-Hall. Wir knutschen uns immer noch nicht. Aber wir lieben uns noch. Aber ja. Von Trennung ist nicht die Rede. Nein, ist keine Rede. Okay. Alles gut? Guckst du ein bisschen chemisch, Muggel? Alles gut? Okay. Muggelchen. Oh nicht gut, ja. Wir, ne, ihr wisst ja, wir arbeiten mit T-Mut zusammen. Oder T-Mut uns. Kann man sehen, wie man möchte. Ja. Wir haben ja diese Kooperation. Es ist Kooperationsware dabei. Es ist aber auch private Kauf dabei. Ne? Also aber wir geben euch Bescheid. Also wir geben an, was wir selbst gekauft haben und was Kooperation ist. Ähm. Wie gesagt, wir persönlich sind mit T-Mut sehr zufrieden. Wir bestellen dort gerne. Wir haben keine Probleme. Die Ware ist top. Bis auf einmal mit dieser Schaumstoff. Vielleicht stellen wir uns, äh Schaumstoff, mit dieser Schaumblume. Aber vielleicht stellen wir uns auch dumm an. Genau. Aber bis jetzt ist wirklich, wir können, ob das Kleidung ist oder ob das für den Haushalt ist, ob das fürs Basteln ist, fürs Stricken ist. Also wir haben nichts Negatives, was wir sagen können. Und nochmal, ja. Jeder, der nicht so viel Geld hat, der kann sich bei Themen austoben, ja. Wirklich austoben. Ihr bekommt Top-Ware. Wenn ich sehe, diese Schälchen, weil ich euch gezeigt habe, diese Strickschälchen, diese Holzstrickschalen, die Wolle immer. Bei Amazon 30 Euro und bei Temo 10 oder 12 Euro. Je nachdem, welches Material du haben möchtest, ja. Also. Und du hast es auch im Gebrauch. Und ich fühle mich echt wie ein Millionär, wenn ich bei Temo bestelle. Weil da kann sich jeder was leisten. Jeder kann sich da was leisten. Wirklich jeder. Weil du kriegst 1 Euro Sachen, die top sind. Guck dir die Ohrringe an, die sind 3 Euro oder 1,50. Die sind top. Hier, meine Wolle. Ich trage sie immer noch. Ja, genau. Sie trägt die Ohrringe immer noch. Immer noch. Und tut dir nicht weh. Also Leute, stöbert bei Temo. Ihr werdet alle was finden. Und ja. Wie gesagt, wir sind zufrieden. Es liegt immer im Auge des Betrachters. Du darfst ja nicht vergessen. Und immer. Ihr müsst immer die Preise sehen. Wenn ich für 5 Euro was bestelle. Da kann ich dann nicht. Da kann ich keine Erwartung von ausgehen. Oh, das sind 50 Euro Artikel. Wisst ihr, was ich meine? Ja, also. Ihr müsst immer die Relationen sehen. So. Wir haben. Genau. Wir haben uns wieder Sachen ausgesucht. Es ist für jeden was dabei. Ich weiß gar nicht, ob da noch das Ding da ist. Ob wir das noch. Ich meine, ich hätte das. Ja. Da ist noch eins da. Natürlich. Das ist immer hier alles so. Ja, das haben wir schon ausgepackt. Ja. Wir haben nicht sortiert, was in welches Video kommt. Und deswegen. Also. Es kam mit. Ach Gott. Ihr seid überlegt. Hä? Was ist denn das? Bedecke? Ein Handtuch? Wolle? Nein. Ach Gott. Die Leute. Und zwar. Die Nachfolgebesendungen verschieben sich um etwa 20 Minuten. Nein. So lange dauert es nicht. So. Und. Oho. Guck doch mal. Die sind faulen Tiere an. Plüssig weich. Kuschelig weich. Ist für den Jason, ne? Alles ruhig selbst behalten. Das ist so süß. Ich werde euch alle, wenn ich es schaffe, alles wieder verlinken. In der Infobox. Auf welcher Seite man das findet. Und wenn nicht einfach. Einfach mal eingeben. Plüschtier. Faultier. Man findet immer. Man muss das nur eingeben. Im Suchbuch eingeben, was du suchst. Das kommt dann meistens dahin. Also wie gesagt, das ist für den Jason. Ist kuschelig weich, ne Schatzi? Ja. Ja. Das ist wirklich kuschelig weich. Willst du ihm noch einen Namen geben? Ja. Friedolin oder so. Ja. Guck mal. Na, den können wir doch hier hinsetzen. Na, der kann nicht. Kann er uns jetzt nicht begleiten? Warte. So. So. Ha, ha, ha. Friedolin. So. Ilis neues Hobby, was sie wiederentdeckt hat nach 30 Jahren. 30 Jahren. Genau. Nähwolle. 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 Du hast eine Wolle. Genau. Du hast eine Wolle. Ich erinnere dich schon. Ich finde es immer lustig. Wenn ich Sachen von Demo vorstelle und ich nicht mehr weiß, was das war. Ach ja genau. Also hier habe ich bestellt, ist Schafswolle. Hat er gesagt. Nähwolle. Genau. Und zwar kann ich mal zählen. Also 50% so. Kannst du leider nicht lesen, weil es nicht deutsch ist. Aber ich pack sie mal aus. Aber Friedolin stört doch ein bisschen hier. Kein Friedolin mal hier vorne hinstellen. So. Wir sitzen dann vielleicht dann im Weg. Dann packen wir weg. Friedolin, es tut mir leid. Genau. Ich setz Friedolin mal auf dem Sessel. Oh, wie schön. So. 100 Gramm. Ach guck mal. Hier steht drauf. 100 Gramm. 115 Meter Lauflänge. Und zwar Handwäsche. Dämpfen darfst du jetzt so ein bisschen. Ähm. Ja. Auf jeden Fall ist jetzt Schafswolle. Steht auf jeden Fall ein Schaf drauf. Ja. Ist auch. Ich hab jetzt für die vier Dinge bei einem Angebot 8 Euro oder so bezahlt. Ja. Ist schön. Weisch. Genau. So. Dann. lieber Ralf. Guck hier. Ich hoffe die Rollen sind die richtigen. Ja. Ich denke. Und zwar ist das ein portabler Mini Printer. Ein Mini Drucker. Ein Mini Drucker. Ein Mini Drucker. von uns. Hier ist die Rolle. Hier ist die Rolle. Ja. ein Kabel bei. Äh. Zum Aufladen. Und das muss natürlich mit der App verbunden werden. Ähm. Aber wie gesagt. Ich hab selber so einen kleinen Drucker. zwar nicht von Temo, aber die sind echt gut. Damit mach ich meine Etiketten und haste alles nicht gesehen. Kann ich auch Bilder ausdrucken mit meinem Gucking Thema. Ja Ralf. Äh. Ne. Dein Bürstegeschenk. Dein Bürstegeschenk. Dein Bürstegeschenk. For you. Mit fünf Rollen. Fünf Rollen Papier. Aber ich glaube die sind zum Kleben. Ja. Ich glaube die sind zum Kleben. Ja. Die sind doch zum Kleben. Oder? Mach das mal auf. Ist doch wurscht. Gib mal her. Guck mir das mal an. Weil du wolltest ja irgendwas mit Kleben. Ne. Gucken wir uns doch mal eine Rolle an. Ja. Ist ne Kleberolle. Also kannst du ausdrucken. Dann kannst du die Teile irgendwo ankleben. Ja. Super. Also hab ich ja alles richtig gemacht. Ja. Macht man nichts verkehrt. Ne. Mit USB. Oh. Soja C. USB-C. Nicht Micro. Sondern ganz modern. USB-C. Wunderbar. Machst du nichts falsch. Die war Ralf. Die kriegst du da nicht rein. Aber ich hab noch irgendwo. Nein. Ich meine jetzt hier die. Ne. Die kriegst du da nicht rein. Die war Ralf. Entweder bis wartest du. Bis wir uns im Januar sehen. Oder wir schicken es dir auch gerne zu. Musst du halt nur Bescheid geben. Ja. Dann frag ich hier. Ja. Nochmal so ein. Ähm. Eine Bademütze. Eine Bademütze. Und zwar für. Ich sage mal. Eine Patentin von meinem Bruder Mike. Ne. Kann man so sehen. Als Patentin. Ne. Die Charlotte. Die ist. So wie Jason. Ne. 12. 12. Ja. Ach ja. Und dann hier. Naja. Wie gesagt. Für meinen Strick. Sind das. Maschenmarkierer. Ist eine Holzdose. Finde ich sehr schön. Und die einzelnen. Maschenmarkierer. Sind auch Holz. Und haben auch. Motiv drauf. Jeder der strickt weiß. Oder häkelt weiß. Was. 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 Fand da ich sehr schön. Habe gesehen. Ja. Mit dem großen A. Da wollten sie. ich habe sieben euro oder noch mehr plus versand also obwohl da mitglied bin wollten sie trotzdem versandt haben weil es ja nicht nur ist ein anderer anbieter ja 398 mit dem schon schön holz döschen das hast du selbst bezahlt nein hast du mir dahin um nein das auch alles weil ich selbst ist eine extra tüte dann habe ich mir braucht die unbedingt hier so stopp nadeln oder um den faden zu verdienen wolle zu dem genau den faden von den holz döschen ist jetzt holz mal gucken ja also das was ich habe das ist ähnlich naja also sind verschiedene nadeln drin ohne spitze zum stopfen zum stopfen zum stopfen dann stopp nadeln ja genau oder zum vernähen wenn eine wolle hast ne ist holz döschen finde ich sehr schön ja dann nicht knöpfe nehmen nein das sind teile genau wenn ich dann meine sachen fertig habe dann möchte ich gerne so ein etikett damit dran bringen da steht dann drauf hand mit na sieht man jetzt nicht verhindern versucht noch an zum hand mit was laufen so eine etikette sagt man das ja wäsche etiketten oder copyright ich meine nur copyright hand gemacht ja hand gemacht ja mit mit liebe steht da drauf und das gleiche noch mal in das ist das ist filz und die sind naja naja aber leder imitat oder so ne auch noch mal ich packe es mal rein wieder hier das kleinkram gehört aber zusammen ja ich weiß ich weiß ich weiß ich natürlich wird dann ach ja das habe ich mich bei meiner schwester hier sehen regina regina begrüße an und zwar sind das aus bambus sagt man denn hier so eine schaumkelle 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 das ist keine schaumkelle das ist eine schaumkelle naja gut aber das ist aber keine schöpfkelle nein das ist ein schaumkelle das ist ein schöpflöffel und das ist eine schöpfkelle das ist eine kelle eine suppenkelle eine suppenkelle ja nun sind wir uns einig die sich meine froh mal hinten in die hose hängt aber die kannst du nicht hängen weil die kein haken ne die hänge ich auch nicht schieb die auch meistens hinein mach mal deine brille ab ja die stört auch was ja das vielleicht gar keine creme musst du mal richtig vercremen guck mal an du musst die creme auch richtig vercremen und nicht da die hälfte im auge lassen ach so wie hast du jetzt ne 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 pfannenbänder ja damit die pfangen wir werden das noch rauskriegen wir haben ich wollte sagen du fängst an ich sag's euch leute aber wunderschön und ganz hochwertig mega hochwertig also ich kann da keinen blumentopf mit kopierbereich geht noch nicht mal kaputt nein also das ist schon mal gut ja keine pfanne heben ja ist ja gut so wunderbar also das machst du nicht falsch ich glaube es kam jetzt 12 euro 13 euro irgendwie so auf jeden fall hast du was in der hand ja das ist finde ich auch sehr meine schwester finde ich ganz toll ja dann hier und hier dann habe ich gesehen ja wir wussten immer noch tschuldigung ist furchtbar zieht sich so eine länge diesmal diese blöde erkältung mit meinem schlechten immunsystem sowieso ach hier guck mal das ist da habe ich gläser bestellt und zwar wenn du da war drei machst dann sieht es oben aus wie ein herz kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen aber nur kann es aber nicht raus trinken weil die sind nicht ob wir waschen dann müsste das frisches machen ja und ich war schon so aus ja wasch mal aus mach mal ja nimm mal den kaffee mit kannst du ja um dies ja manchmal manchmal gehen mal machen ein bring mal ja auch haben wir schon wieder da haben wir schon wieder ja ich wollte ja auch um sie doch bis ich hier durch bin ist ja bis ich dreimal wieder zurück ja genau also ihr werdet nicht allen ein video packen es werden drei videos kommen weil es sind ja viele 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 teile ja heute ist black friday ich hoffe ihr wart alle auf dem video und habt euch wenigstens das video angeguckt was ich euch gesagt habe das wäre natürlich schön das wäre natürlich schön Muckischchen bist du böse? bist du böse mit Mami? nein, nein, nein Muckischchen, dein Bruder liegt da hinten, ja Kalitilli Kalitilli, ja mein Pippü wie schön warm ihr, ne die Heizung, ja mein Schatzi ist gar nichts drinne ist ein Herz naja, man könnte es erahnen aber eigentlich habe ich das Herz gekauft ist denn die anders? die ist anders oder wie? ne, die ist nur größer die ist nur größer eine kleine und eine große na doch, die ist schon hast du ein bisschen viel gemacht aber es sieht ist eine doppelwandige hält vielleicht ein bisschen länger ran weiß ich nicht und ist ja nicht schwer, ne also fand ich auf jeden Fall sie ja schön für mich die große für irgendwie die kleine so, hier, jetzt da ja, jetzt siehst du, sie hat mich zu viel reingemacht da siehst du nämlich da kannst du mal zeigen ich kann es ja nicht umkippen aber das sieht man man sieht es nicht dann müsstest du von oben mach mal hier bitte weg mach mal bitte dann zeige ich euch das jetzt so hängen wild mit dran, ja ihr lieben Mäuse bitte nicht vergessen mit den Rennhänden nein da ist das Herz und dann zeige ich euch auch gleich mal ich habe ja diese Gläser die wir letztes Mal bei hatten bei der Bestellung die mit dem Holztetel und dem Holzlevel das war ja ein Geschenk für meine Schwester zeige ich euch, blende ich euch auch mal ein so meine liebe Schwester und liebe Irmi ihr seht da stehen die Gläser schon gepüllt sehr schön sieht das aus bei ihr zu Hause so jetzt machen wir doch mal hier mal das Käfschchen es fällt so wunderbar Juppi da sieht man das Herz ja ah wunderpretty ich bring dich mal wieder schnell mal rüber so weiter geht's mit dem Brät sag dich doch bereits genau so dann haben wir ja ein Stück Papier ne dann nicht auf den Tisch stellen ne naja die sind ja nicht ausgebracht die Nackten stellt man nicht auf den Tisch und zwar hat sich das Patenkind meines Bruders hat mich gefragt hat dieser ja ich arbeite doch mit Temo zusammen und könntest du mir die Schuhe und so ja gar kein Thema das sind so eine Art Buffalo Größe 38 ähm ja naja doch also sie sehen sehr hochwertig aus muss ich ganz ehrlich sagen also mal gucken mal gucken mal gucken und zwar made in China is Clown äh das ist doch das Lederzeichen ne ja doch keine Ahnung ja ich denke mal eher nicht aber ist auf jeden Fall wenn ich das so sehe die Nähte sind gut geklebt ja naja äh aber der sieht sehr sehr hochwertig aus muss ich ganz ehrlich sagen ähm ja wollt sie haben habe ich ihr den Wunsch erfüllt also ne Charlotte viel Vergnügen damit musst du dir aber abholen ne Süße so was ist das für Charlotte 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 die Flotte dann haben wir ein Stück nein das riecht nein das riecht schon ich rieche es nicht weil äh oh dein Geruch geht wieder ja kommt wieder ja mein Geruch hatte ich sowieso keine Probleme mit äh als ich es jetzt hochgenommen habe hat es irgendwie hat es gerochen ja wie viele Minuten laufen das schon kannst du das sehen ne wo sie wo da unten in der Ecke ja 20 Minuten 28 so ach genau jetzt lacht die andere wieder genau eine Kerze eine in einer Kokosnuss Schale und die soll nach Kokos riechen ja ja als ich sie hoch genommen hoch genommen habe da rock sie schon da rock sie schon was suchst du denn ein Feuerzeug ein Feuerzeug ich wollte es mal anmachen ja Moment äh da hinten habe ich warte mal mach mal den lebe es ist ja ein holzding ist ein holzding also ein holzdocht ist ein holzdocht ist ein holzdocht aber sieht schön aus ne also natur pur riecht 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 nach nach ja ich hab noch schnupfnose ich riecht es nicht wirklich geht an hast du nicht so ein Stab ja ja bei den finde ich jetzt gerade mal eben nicht ich wollte nur sagen sie hat die äh Weihnachtssachen immer noch nicht davon von Demo ne diese Tüten und so so ich hab ja auch noch nicht gesucht wieder ja so die stellen wir uns jetzt mal hier hin nicht dass die Katzen eine Flammen aufgehen nö naja ein Löschen ist ja ja kein Thema die Katzen ja natürlich so dann gucken wir mal ja ja ich rieche ja sowieso nicht jetzt brennt ja erstmal hier der Docht so bitteschön dann habe ich sie beißt natürlich wieder nicht am besten ist wenn wir es auspacken schreiben wir drauf was es ist ach ich hab da schon das sind die ach nee hier ach das sind die Bilder Bilderrahmen Bilderrahmen und zwar ganz cool gemacht hast du mal da hat noch die die Postkarten hier die Katzenpostkarten ne die habe ich ja noch schon weggenommen ach hätt's mal liegen gelassen hätten wir damit wir das hier präsentieren können bitte 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 ja ich wies jetzt meckern wieder alle immer mit mir auf mir aufstehen ja die sitzt da nun mal du da verbrennst du dir deine Gusche Muggel geh da weg da verbrennst du dir deine Gusche geh mal da lieber weg genau und zwar kannst du dir das ist ein Gestell dann hast du hier Plexiglas hast du ab so ich will hier nicht so die Fingerabdrücke drauf machen dann legst du hier was zwischen Moment so dann nimmst du das nächste ziehst du das nächste ab die Schutzfolie legst du es zusammen wir haben sie noch gerade ist jetzt auch nur zur Präsentation und dann kannst du das hier rein machen und hier rein machen so warte ich bin hier noch nicht drin so und dann hast du hier einen schönen Bilderrahmen wo man immer wieder die Bilder wechseln kann ich meine wie geil ist das denn verstehst du nicht meine nimmst du raus packst was neu dazwischen kannst du auch jetzt ja kannst du so stellen wie du möchtest ja genau kannst du stellen wie warte ich muss hier mach hier so wie du möchtest ne also du kannst es so so wie das Bild wie du möchtest ne also also das finde ich ganz geil wirklich vor allen Dingen hast du auch nicht mal so die wenn du jetzt einen Bilderrahmen hast hast du immer du musst hinter dem Bilderrahmen immer Platz haben nein auch um ihn hinzustellen genau und so nicht und so nicht also die sind echt geil und die waren nicht teuer also die finde ich gut ist so gut einfache aber gute Erfindung muss ich ganz ehrlich sagen also wie gesagt es ist wenn ich jetzt hier ich nehme jetzt mal meinen Sohn hier runter ja da haben sie die haben sie hier diese da brauchst du brauchst dahinter Platz genau und bei dem nicht ne und bei dem brauchst du einfach kannst du denn so nehmanden ja ja finde ich also die Erfindung finde ich ja immer mega geil muss ich auch sagen die Chinesen oder die Asiaten haben es einfach drauf ganz ehrlich ich weiß schon warum ich die Asiaten so mag so hier wunderbar da habe ich noch eins von ein kleineres das kriegst du so nicht doch kriegst du rein genau aber du bist bestimmt im nächsten und im anderen Video drin so dann das letzte ne ne warte hier ist auch noch noch ein kleiner Teil das ist noch was kleineres genau das ist ein Bambustablett ja da könnte ich jetzt zum Beispiel hier meine Kerze mit drauf stellen so und vielleicht noch die ja oder vielleicht noch was anderes mit drauf stellen fand ich sehr schön oder weil es Natur ist oder du nimmst das als Ablage ja kann ich auch machen für die Küche je nachdem ist für alle kannst du das nehmen ne ja fand ich sehr schön und das ist holz ist warm das fühlt sich auch sehr stabil stabil an ja was ein Brett vom Kopf hier ja und jetzt damit wir jetzt nicht immer die Salatschüssel zum Füße waschen nehmen müssen hat hat eine 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 Fußschüssel bestellt ja habe ich bestellt so und zwar halt mal ja mit mit massagenoppen da also hier unten da sind massagenoppen dran und dann kann man dazu auseinander drücken 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 meine ich habe Fingernägel nicht dass sie nachher ab sind genau 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 so ich habe das falsche bestellt ich wollte eigentlich einen mit Deckel haben weil ich kann mal noch einen Deckel drauf machen ja und dann machst du den Deckel ja die Füße sind ja hier drin und dann kannst du die jetzt zumachen auch damit man die Füße nicht sieht ne damit du nicht friert oder so aber naja warum nicht auf jeden Fall brauchen wir jetzt die Salatschüssel nicht ne genau ich habe schon so gesagt jetzt reizt mir ständig schmeckt der Salat nach Käse nein jetzt wird eine Fußschüssel gekauft ja fand ich sehr praktisch und vor allen Dingen genau wieder weg kannst du zusammenklappen und sie nimmt kein Platz weg ja also mega ja das war ja ihr Lieben das war ein Teil weiß jetzt nicht welcher zuerst kommt ein Teil von der Themobestellung wir hoffen ihr habt wir haben euch eine kleine Inspiration gegeben was man so sich vielleicht mal ansehen könnte wie gesagt wir sind zufrieden und wir haben ich denke da sind auch gute Sachen bei also das ist gut ich suche ja nur das aus was wir brauchen ne also ich ich kaufe mir ja nicht das oder ich suche mir ja nicht das aus was wir nicht brauchen also ne also ich bin da schon bedacht bei und das auch nicht so abhängig sind sondern das dauert schon ein bisschen bis ich mir das alles so ne überlege für was da la la da la la da la la da la la also von daher ja würde ich sagen wir beenden dieses Thema Video damit bedanken uns fürs Zusehen und freut euch auf den nächsten Teil was da noch schöner kommt wir haben echt tolle Sachen dabei ja würde ich sagen ne und bitte es ist wieder alles in der Infobox verlinkt ne schaut rein und ja und was sagen wir denn immer wieder gerne tschüss mit mit ti